Frohe Weihnachten euch! Alle gucken Weihnachtsfilme und ich guck Horrorfilme, Gore, Blut, Gewalt! Mit diesem Intro möchte ich euch sagen, ein raues Fest. Meine Horrorfreunde, Horrorfreaks, Filmfreunde, Slasherfans, ein raues Fest. Heute ist Heiligabend, lasst es euch gut gehen. Seid bei euren Familien, keine Ahnung. Ich war gestern im Mediamarkt und habe mir einen Film gekauft. Und zwar Black Christmas habe ich mir gekauft. Er war da für 19,99 und dann habe ich dann geguckt, Preisvorschlag, Onlinepreis beim Mediamarkt auf der Seite, Onlinepreis 16,99. Da habe ich gedacht, komm, nimm den Film mit. Du bist eh in der Stimmung, in der Anti-Weihnachtsstimmung. Nimm ihn einfach mit, weil der wird dir richtig gut tun zu Weihnachten. Ja, habe ich gleich gekauft. Hier in der 3Dist-Version. Und an dieser 3Dist-Version finde ich auch richtig gut, da das hier so, hier, mit diesen Dingern hier, also diese Halterung, die man so rüberklappen kann, die man hier so rüberklappen kann, so rüberklappen, ist richtig toll. So liegen, auf jeden Fall liegen hier die Blu-rays nicht aufeinander. So, zum Film, der war richtig gut. Richtig geiler Slasher, richtig geiler, blutiger Film. Der hat mir richtig gut gefallen, Black Christmas. Am Anfang sieht man eine Frau, wie sie so in ihrer Wohnung ist. Sie ist so in ihrer Wohnung. Und auf einmal sieht man, unter dem Bett liegt jemand. Da liegt jemand. Und ich so, oh, was ist das, Alter? Unter dem Bett liegt jemand. Und ich denke, okay, und dann wurde die gleich umgebracht. Nämlich in dem Haus, wo, und später sieht man dann eine Mutter, mit, ich glaube, fünf Geschwister, die feiern da Weihnachten. Dann sieht man so Rückblenden, sieht man, wie die, wie, was da in dem Haus passiert ist. Was da in dem Haus überhaupt passiert ist, in dem Haus. Weil in dem Haus, wo jetzt die Familie wohnt, da waren nämlich Morde. Da hat zuerst gewohnt, eine Familie hat da gewohnt, mit einem Sohn. Und der Sohn, ich glaube, der hatte irgendwie eine Krankheit, mit irgendwie, eine Lungenkrankheit oder sowas. Oder eine Leberkrankheit, irgendwas mit der Leber hatte der gehabt. Und da war der immer gelb. So gelbe Haut hat der immer gehabt, von der Krankheit. Auf jeden Fall klingelt eines Tages, klingelt eines Tages an der Tür. Der Sohn hat sich versteckt, in so ein, wie sag ich, in der Wand. In der Wand so hat er sich versteckt. Vorher, so, die Familie wird umgebracht, von dem Kind. Das war so 1970 war das. 1970 ist ein Zeitsprung von, sehr, sehr weiter Zeitsprung zurück. 1970, da waren fünf Jahre war er da. Billy heißt er, genau, Billy. Billy war fünf Jahre, dann wird dann seine Familie umgebracht. Und dann wohnen die Mörder von der Familie, von Billy, wohnen in dem Haus. Und dann finden die Mörder von der Familie, finden Billy dann, wie er sich versteckt hat. Und irgendwie habe ich dazu mitbekommen, dass die beiden Leute, die beiden Mörder, denn die den Billy aufgenommen haben. Und dann, achso, er und die beiden Mörder sind auch Geschwister. Da findet man später heraus, dann haben die Inzest gemacht. Inzest. Und aus dem, aus diesem Akt, sag ich, aus diesem Inzest, wurde dann eine Tochter. Also ein Mädchen wurde daraus. So. Später, und dann sieht man immer Zeitsprünge. Später wird dann, wird dann der, 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 der Billy wird dann groß und bringt dann die Eltern um. Und irgendwie ist dann der, ist dann die, die, seine Schwester, ist dann auch irgendwie, ist dann genauso wie er. Dann bringen die beide gleichzeitig immer die Leute um. So. Richtig geiler Slasher. Richtig schön blutig ist der Film. Und dann finden die, 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 und jetzt, jetzt sind wir wieder in der anderen Zeit. In der, also in der jetzigen Zeit. Also man riecht so mit 1970, 1975, 1980. Und jetzt sind wir in der jetzigen Zeit. Da ist, da sind die, 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 die ganzen Geschwister mit der Mutter. Die kriegen dann raus, dass, das, aber auf einmal, ist da auf einmal die, die Schwester von Billy, ist dann auf einmal in dem Haus. Da habe ich mir überlegt, wie kommt jetzt da die, die Schwester von Billy in dem Haus. Die war doch gar nicht, ja, das hat mich ein bisschen, das hat mich ein bisschen, das hat mich ein bisschen gewundert. Auf jeden Fall ist dann die Schwester in dem Haus und lässt dann Billy rein. Billy lässt sie rein und da wird eine Schwester, also die fünf Geschwister, wird eine nach den anderen umgebracht. Auf eine richtig geilen Art und Weise. So erwürgen und dann so mit einer Tüte vor dem Gesicht, ersticken im Kopf, Messer im Kopf. Richtig geil. Also mir hat der Film richtig gut gefallen. Ist ein richtig fieser Weihnachtsfilm. Ein Anti-Weihnachtsfilm. Und da schneitert ja auch nachts. Und, also, das ist ein richtig fieser Weihnachtsfilm, finde ich. Hat mir richtig gut gefallen. Schön blutig, schön, und das Ende fand ich auch geil von dem Film. Und dann, und dann sagen immer die, und dann gibt's, dann ist da eine Schwester, ist denn da, und, und die ist, die betrinkt sich immer. Die betrinkt sich immer und die ist dann auch so fies drauf und so. Fetzt auch. Und dann ist da auch, und, 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 und dann sieht man auch, wie der eine da immer, wie der eine da irgendwie ein Sexvideo gedreht hat, mit einer anderen Frau, was auch gut gemacht ist. Ja, und dann sagt der eine immer, ihr Schlampen, ihr Schlampen. Also mir hat der Film gut gefallen. Black Christmas. Hier habe ich jetzt endlich, habe ich mir den jetzt zugelegt. Das, wie gesagt, das Ende ist gut. Ende hat mir gut gefallen. Das Ende, ja, war richtig gut. Richtig krasses Ende. Ich will nicht spoilern. Ihr sollt euch den Film auch selber anschauen. Man muss ja nicht immer eine Mediabook kaufen. Man muss ja nicht immer eine Mediabook kaufen, so für 50 Euro, 60 Euro. So viel kosten nämlich die Mediabooks von Black Christmas. Ich habe mir jetzt einfach gestern im Megamarkt die Blurie gekauft. Ich habe natürlich die Unrated geguckt. Die Unrated läuft 92 Minuten und die R-Rated läuft, glaube ich, 90 Minuten. Da ist ja noch eine Kinofassung drauf. Und der Film ist aus dem Jahr 2006. Das ist ja 2006er Film. Hier steht drauf, also, Unrated dauert 92 Minuten. EuropaCut, genau, EuropaCut kostet 84. Und dann gibt es noch die R-Rated. Ich glaube, die R-Rated müsste, glaube ich, die sein. Die 18er. Die dauert 90 Minuten. Und wie ihr seht, hier sind ein paar Zehnbilder. Zum Beispiel hier, da wird einer erstickt mit einer Tüte im Gesicht. Hier sind die Geschwister. Und hier ist die Mutter, die Mörderin, die Billys Eltern umgebracht hat. So. Ja. Ich kann euch mal vorlesen. Eigentlich schwarzer Gänsehaut-Thriller der Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit, genau. Und dieser Film ist auch schön spannend. Der hat das eigentlich über den ganzen Film spannend gemacht. Hat spannende Zähne. Der ist immer spannend. Spannung, Spannung, Spannung. Also, fetten Daumen nach oben für Black Christmas. Hat ihm richtig gut gefallen. Schön blutig. Schöner Slasher. Ja. So. Das war jetzt meine Review und Kritik an Black Christmas. Und denn, sei gegrüßt, Chris 76. Dir wünsche ich auch ein draues Fest. Von Ihnen habe ich nämlich heute bekommen über Amazon. Ein Mystery-Paket. Hier, ein Mystery-Paket von Amazon habe ich heute bekommen. Ein Weihnachtsgeschenk von Chris 76. Vielen Dank, Chris 76 für dieses Paket. So. Ich werde jetzt gleich mal öffnen. Mal sehen, was hier drin ist. In diesem Paket. Hier. Ihr seht jetzt, ich habe die Augen zu. Ihr seht es zuerst. Ja. Ja. Oh Mann, Alter. Geil. Candyman hast du mir bestellt. Candyman von Amazon. Hier im Mediabook. Na Alter. Geil. Fett ein Daumen nach oben, Alter. Fett ein Daumen nach oben. Ähnlich habe ich Candyman in der Sammlung. Candyman. Richtig geil. Blut ist dazu da, um es zu vergießen. Genau. Heute an diesem Heiligabend. Den werde ich mir heute auf jeden Fall angucken. Der Klassiker des Horror-Genals beruht auf einer Kursgeschichte von Cliff Barker. Er erscheint nun erstmals in Ultra HD und 4K-Restauration. Vom Original-Negativ, natürlich unrated. Jo. Okay. Das lasse ich aber jetzt geschlossen. Ich mache hierzu noch ein separates Unboxing. Ein separates, denke ich mir mal. So. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Chris76, für das Weihnachtsgeschenk. Jo. Das war jetzt mein Video zu Weihnachten, zum Heiligabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.